lamia lamia königin und wer panther stärkere version so barriere silence angriff und angriff leonard schläft frionier schläft kohar ist das hat mir glaube ich auch schon mal naja die lamia ist weg frionier schläft leonard steht frionier ist schon wieder schneller als leonard leute wunderbar frionier ist doch wieder wach dann darf er jetzt doch mal barriere versuchen und hier sind wir jetzt bei blind und sky greift einfach an blaster eins hat getroffen gelähmt na egal ja die werden einfach gemetzelt leute so dann schläft so dann schläft sleep und angriff jetzt ist frionier sogar wieder schneller als sky also frioniers geschwindigkeit steigt wieder stark leute da ist ja klar hatten überlauf ist jetzt also praktisch wieder sehr sehr klein das weiß ich kann wieder schneller steigen zumindest glaubt das spiel das zweieinhalb tausend gila halten bei guy ist die kräfte hoch wir haben da ja nun monate der diamant kürers was wir können nicht mehr heilen leute ok einen kampf würde ich noch riskieren und danach nehmen wir unsere potions ein das ist der kampf so frionier kriegt noch ein barriere hin aber maria bekommt nichts mehr hin dann greift sie jetzt an erst schlag gewonnen frionier hätte immer noch mana für einen zauber dann würde ich jetzt einfach weitermachen leute 11.000 gila halten bei frionier ist die weisheit hoch drei teufels man oder mantis teufel so barriere angriff 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 wir haben erst schlag da waren es nur noch zwei so jetzt kann auch frionier nichts mehr zaubern leute leonard ist verlebt äh gelehnt 6.000 gila halten bei leonard sind die ap hoch heinke weh nicht so ein kampf mache ich noch leute jetzt ein kampf ohne dass frionier oder dass irgendjemand etwas zaubern kann da geht's hoch ein todesreiter und ein mantis teufel wir haben erst schlag das waren über 1000 punkte schaden und er lebt noch naja mal sehen ob er einen von uns angreift leonard uff fast tot ja ich glaube jetzt jetzt teilen wir dann leute hahaha 12.000 gila halten bei leonard sind die körperliche fitness hoch die ap sind hoch so wir heilen jetzt leute wir nehmen jetzt unsere vier elixiere die wir hier haben wir müssten eh fast am ende sein leute deswegen erlaube ich mir das jetzt wir haben eh noch 2, 4 ich glaube 6 elixiere dabei das sollte also nicht ganz so dramatisch sein so schön wieder getrennt so ich warte hier eigentlich auch demnächst den boss aber irgendwie scheint es hier noch weiter zu gehen leute lamia und wieder die quare so aber wir können jetzt wieder trainieren leute also habe ich da auch nichts dagegen wenn wir weiter trainieren barrier silence auch die beiden können wieder weiter trainieren slow und flare wir haben erst schlag so zum schluss noch ein bisschen trainieren leute haha bevor wir zum boss kommen ab ab So, Shell Blind Hast Und Tod Die Gegner hier machen eh nicht so viel Schaden, Leute. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn wir also wieder trainieren. Die sind nicht so schlimm wie die Gegner, die unten waren. Sofern nicht wieder eine ganze Gruppe Lamias hier auftaucht, die alle Verwirrung machen. Oder Verführung ist es, glaube ich, eher. Funktioniert die leider bei Leonhardt? Woah. hm Okay Protection Sleep Berserker Drain Äh Leonhard wurde von dem Effekt Tod erwischt, Leute Hat er nicht den Schutzring, den er in Resistenz gegen Tod gibt? Ich dachte, wir hätten ihm den gegeben Egal Wir heilen ihn und dann passt das wieder Also beleben ihn wieder So und hier sind wir, wir hatten Sleep gerade Dann machen wir Stun und du darfst jetzt angreifen 2.020 Punkte Schaden, Leute Geil, über 2.000 schon Das heißt, Sky könnte jeden außer sich selbst one hitten Ja, und Leonard, der hat auch schon über 2.000 So Protection hatten wir gemacht, dann jetzt Blink Stun hatten wir, dann kommt Stop Du machst Slow Und du wolltest eigentlich angreifen, dann darfst du das jetzt Geschafft Geschafft 11.500 Gil erhalten Per Fionier ist die körperliche Fitness hoch Die AP sind hoch, äh, Leonard meine ich Wunderbar Wunderbar Weiter geht's Da oben hatte ich glaube ich Truhen gesehen Was ist denn das? Bisto Irgendwelche Biester sind das, Leute Barrier Bisto 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 Und sie sind sofort geflohen, Leute Alle 3 Ich sehe sie zum ersten Mal und sie fliehen sofort alle 3 Wow Kein Geld erhalten Nichts verbessert gar nichts Okay Was haben wir hier? Eta haben wir gefunden, Leute Das können wir tatsächlich benutzen Bei wem? Bei Mario oder bei Fionier Benutzen wir das bei Fionier, Leute Dann geht es hier runter Na, da kommen wieder die Selamias Mal sehen, ob wir trotzdem trainieren können Wir haben den Erstschlag Wir haben den Erstschlag Das ist ein bisschen Dramat 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir weiter mit Shell, Blind, Hast und Tod. Die Lamia-Königin hat Blink auf sich selbst gezaubert, Leute. Die anderen haben Blink und irgendeiner hat Blink auf alle gezaubert, so rum. Die Lamia-Königin hat Blink auf sich selbst gezaubert. Leonard schläft leider. Kann also sein Tod-Zauber nicht machen. Da ist er wieder wach. Okay, weiter mit Protection, Sleep, Berserker, Tod. Die Lamia-Königin hat Blink auf sich selbst. Die Lamia-Königin hat Blink auf sich selbst. Die Lamia-Königin hat Blink auf sich selbst gefangen. Das ist die Lamia-Königin hat Blink. Die Lamia-Königin hat Blink auf sich selbst. Das ist nebenbei sicherlich nicht möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017